Giant in my heart singt Kaiser auf der Eröffnungsparty der GDS in Düsseldorf. Glamour und Fashion also in der vielleicht schönsten Form auf einer Party. Den kurzen Zwischenstopp macht die quirlige Kanadierin auf ihrer Tour. Europa, Australien, England und natürlich Nordamerika wird sie in den nächsten drei Monaten bereisen. Auftritte satt also. Party gibt's dafür aber nicht so oft. Mein Terminplan ist schlimm. Das sind meistens vier Tage mit Shows hintereinander, dann einen Tag frei. Wenn du glaubst, ich würde wie ein Rockstar leben, ich gehe von der Bühne direkt ins Bett. Wir haben drei Paar Schuhe mitgebracht. Einzelstücke, nicht ganz Kaisers Größe. Trotzdem will sie die Schuhe auf Tanzbarkeit testen. Eigentlich will sie sie auch behalten, besonders die goldenen Slipper, aber die passen nun wirklich gar nicht. Tanzen kann sie damit trotzdem. Nichts hält dich vom Tanzen ab. Du kannst in allen Schuhen tanzen. Die sind nur ein bisschen zu klein, sonst wären sie einfach perfekt. Diese hier sind auch richtig super. Bei dem Absatz musst du aber schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber die sind gut, man kann gut drin tanzen. Diese hier, da musst du richtig aufpassen. Sehr heiße Schuhe, aber etwas instabil. Zumindest für meinen Tanzstil. Songs schreibt Kaisers übrigens oft und schnell. Manchmal fünf am Tag. Ihr größter Hit, Hideaway, entstand in einer Stunde. Mich inspiriert eigentlich alles, das Leben allgemein. Für mich ist wichtig, dass ich, bevor ich ins Studio gehe und schreibe, dass ich erst rausgehe und lebe. Auf dem roten Teppich war die Künstlerin dann übrigens auch ganz Frau. Hauptsächlich wollte sie Schuhe sehen. Bevor diese beim Tanzen zu ihren Songs leiden müssen.